So, moin Pyrus. Heute ist Neujahr und ich werde euch noch mal durchs Neujahr mitnehmen, was ich also mache. Ich werde den Garten dann aufräumen und auch was gezündet dann noch. Dann nämlich bisschen rumlaufen, weil die anderen so gezündet haben und selber noch was zünden. Also, geht ihr dann ja und Spaß bei diesem Vlog. Wie gesagt, ein bisschen gezündet habe ich hier noch. Und deshalb werde ich jetzt erstmal hier weiter drüber hinbekommen. Ja, und dann laufe ich später mal um. Dann gucken wir uns an, was andere gezündet haben. Ich finde es echt mal cool. Ich habe gesehen, dass andere gezündet haben. Und hier geht es auch mal ab. Also, wie nach. Alter. Alter. Nein. Hier haben wir aufwärts hinten. Hier wurde auch ordentlich was hochgejagt. Was ich aber sagen muss, ich habe den King jetzt hier dreimal gezündet und es ist auf keinen Fall schlecht. Also das ist wirklich immer noch top. Vor allem wie laut der Eindruck ist. Das ist unfassbar krass. Ich schlafe immer ein bisschen rum und gucke mal was wir zum anderen gemacht haben. Ich finde es wirklich immer cool. Und nachher jetzt nochmal zünden. Wir haben jetzt schon halb drei und jetzt gehen wir hier zünden. Sag mal Hallo Luca. Hallo Luca. Nein. Hallo Luca. Egal. Ja. Die Sonne ist am scheinen und wir gehen zünden. So wir haben jetzt halb vier Tag über ein neuer Jahr. Und wir sind echt krass hier schon am zünden. Und ich bin mit meinen beiden kleinen Neffen hier. So wir haben jetzt gleich vier Uhr. Und wir warten bis es dunkel wird. Wir haben die Böllerrunde wieder hinter uns. Da ist unsere Location gewesen. Ganz schön hier. Und jetzt warten bis es dunkel wird. Und dann lassen wir noch ein paar Batterien und Raketen und sowas los. Und ja, dann bis später. So, ich bin jetzt wieder zu Hause. Hab hier noch einen schönen paar Sachen ausgelöst, die ich gleich noch machen werde. Und ja, meine Couch ist zwar unrundlich. Muss man aufräumen hier. Dieser Müll. Ja, aber die Reste. Sonst hab ich alle hier eigentlich alle rein getan. Batterien und Raketen sind alle weg. Hab ich gestern heute alle weggekriegt. Und sonst. Ja, ein paar Reste sind nur da. Ist zwar noch wirklich mal vier. Nur drei Packungen Flashbangs. Einmal Fläche Thunder. Dann ganze Böllerpelken, ganze Schinken. Dann noch ein paar Rakete und sowas. Aber ja, da hat man halt ein paar Reste. Kann man unter einem Jahr. Wenn man irgendwie eine Ausnahmegenehmigung beantragt. Kann man ja auch was zünden. Zum Beispiel. Und ähm. Ansonsten. Geht es nochmal raus. Und werde immer die Sachen zünden. Weil. Es ist ja noch ein Neujahr. Und bis nur noch Sachen gezündet werden. Deswegen werde ich jetzt alles tun. Und. Ja. So. Ich werde hier noch einiges zünden. Ich hab dir das mal gezeigt. Moment. Es geht schon. Ich brauche heute klein bisschen. Es ist immer noch was. Von heute Mittag. Das ist halt auch. Nachmittag. Und das auch noch ein Knall in mir der Hund. Jo. So. Meine letzte Tour ist heute auch verbracht. Und ja. Dann würde ich sagen. Mal schlage ich noch rein. So. Spontan hast du mich noch für die Fantäne haste entschieden. Ja. Und die werde ich jetzt auch machen. So. Ich bin jetzt zu Hause. Jetzt ist Silvester und Neujahr schon rum. Schon schade eigentlich. Aber. Nach Silvester. Ist vor Silvester. Ich werde wieder die Vorfolger. Obwohl es noch 3 oder 5 6 Tage sind. Trotzdem. Gehts weiter. Und die Videos folgen jetzt auch noch alle. Und die Videos. Und die Videos. Die Videos. Die Videos. Die Videos.